Skifahren im Erzgebirge. Möglich ist das auch in Tschorlau. Damit sich das herumspricht, hatten die Sportfreunde der Abteilung Ski des ESV Tschorlau am 24. Oktober zu einem Tag der offenen Tür auf das Skigelände am Steinberg eingeladen. Pünktlich vor der Wintersaison wurde dabei präsentiert, was am und um das Skigelände, wo einst vier verschiedene Schanzen standen, gebaut, verändert und erneuert wurde. Da wäre zum Beispiel der Weg, der ein Stand gesetzt wurde und von Bürgermeister Wolfgang Leonhard übergeben werden konnte. Unsere Zielstellung war ja eigentlich vor dem ersten Schnee. Es hat ganz geklappt, den Weg fertigzustellen, aber es hat auch niemand mit dem Schnee gerechnet. Insofern denke ich, sind wir voll im Plan gelegen. 150.000 Euro sind in diese Maßnahme geflossen und ich denke, es ist das daraus geworden, was wir uns vorgestellt haben. Zwar nicht vor dem ersten Schnee, aber vor Beginn der Skisaison wurden mit dem Weg in Tschorlau die Bedingungen für Wintersportler weiter verbessert. Seit Jahren schon sind die aktuellen 19 Abteilungsmitglieder damit beschäftigt, die ehemalige Schanzenanlage umzugestalten. So gibt es dort inzwischen einen modernisierten Schlepplift, da die Wintersportler zum Start für mehrere Abfahrtsstrecken bringt. Für die Kinder steht eine große Rodelwiese zur Verfügung. Seit 2009 werden zudem durch die Abteilung Skilanglaufläuben im Steinberggebiet gespurt. Doch nicht nur winters, sondern auch sommers soll das Areal, zu finden zwischen Tschorlau und Brückertsgrün, ein Anlaufpunkt für Erholungssuchende werden. Immer wieder wird dabei auch die Skihütte ins Gespräch gebracht, die sich, so wird versichert, auch ausgezeichnet für Familienfeiern eignen würde. Doch nun steht erstmal die Wintersaison vor der Tür. Notwendig ist nur noch der Schnee, doch den können die engagierten Tschorlauer nicht selbst planen. Bleibt es ihnen und den vielen Wintersportlern zu wünschen, dass sie ihre Skihänge und Löuben weiß bekommen.